Gott sei Dank, nun sind wir dem Kindesalter entwachsen. Denn Kinder, deren Aufgabe ist es, zu wachsen. Kinder aber können auch hereingelegt werden. Das heißt, Kinder, die nicht wachsen, werden verführt, werden hereingelegt. Und zwei Dinge sind ganz wichtig. Einerseits sollen wir ein Herz behalten, wie es Kinder haben. Auch wenn wir alt sind, sollten wir ein solches Herz bewahren. Denn Jesus sagte, die, die ins Himmelreich kommen, sind wie diese Kinder. Und wenn wir alt sind, wollen wir ja immer noch ins Himmelreich. Und dieses Herz der Kinder ist eben ein demütiges Herz. Aber andererseits sagt uns Paulus auch, seid keine Kinder. Kinder im Sinne von unwissend. Denn wenn wir unwissend sind, werden wir hereingelegt. Also, wenn wir also am Wachsen sind, Kinder im Sinne von unwissend ist das ein sehr schöner Begriff, eben junge Erwachsene. Und in Chinesischem ist das eher wie Jugendliche. Ich habe aber diesen Begriff der jungen Erwachsene genommen und von da ausgehend meine Überlegungen gemacht. Erwachsen hat ja das Wort Wachsen mit beinhaltet. Und gleichzeitig sind diese aber noch jungen. Wenn wir es in Chinesischem ist, wie gesagt, jungen Erwachsene ist, dass es jungen Erwachsene ist. Also, jungen Erwachsene ist, dass es jungen Erwachsene ist. Und zu diesen jungen Erwachsenen lässt sich natürlich viel sagen. Das lesen wir in den Briefen an den Timotheus. Das lesen wir in den Briefen an den Timotheus. Dann Paulus schreibt Timotheus. Wir lesen wir ab Vers 11. 1. Timotheus Kapitel 4 Vers 11 und Vers 12 Niemand verachtete dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Na, um中文来讲, das ist年輕人. Das heißt, es ist nicht zu sagen, dass du ein年輕. Niemand verachtete dich wegen deiner Jugend. Denn es kann sein, dass man verachtet wird wegen deiner Jugend. Und davor fürchten sich die Jungen, die fürchtet sich die Jugend auch am meisten, dass sie verachtet werden. Und die Zeit der Jugend ist auch etwas Vergängliches. Und es ist ein Abschnitt, der demnächst den Abschnitt folgt. Wer diesen Abschnitt nicht durchlebt hat, das geht nicht. Woran denken wir, wenn wir an die Jugend denken? Lass uns mal überlegen. Sind wir noch jung? Wenn wir uns gerade noch jung fühlen, dann müssen wir rebellieren. Warum? Weil wir sind gerade am Pubertieren vielleicht. Das ist eine Überraschung. All das ist ein Prozess. Na, in der家 ist das so. Zu Hause ist das so. In der信仰 ist das so. Im Glauben, genau so. In einer Familie. Wenn wir Kinder haben. Kleine Kinder, die trägt man. Und dann hält man sie an den Händen. Bis eines Tages. Entfernt sich dieses Kind immer weiter. Natürlich ist das in der Schule. Das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, das ist ein Prozess anders. Je nachdem, wie das in der Familie so läuft. Und die Eltern haben auch verschiedene Herangehensweisen. Und wir wissen ja, wir haben auch vorhin schon gesehen, Kinder, deren Hauptaufgabe ist es zu wachsen. Und um zu wachsen, müssen sie etwas verlassen. Ja, wenn du eigentlich erst zu Beginn hast, ist es zu essen, wie Isaak. Wie Isaak, von dem wir ja gelesen haben, dass er entwöhnt wurde. Und dann müssen wir uns auch dem stellen, was die Umwelt von uns will. Und die Leute, die von uns zu uns sagen, tu dieses, tu jenes. Und irgendwann nervt uns das. Und bevor die Leute etwas sagen, dann sagst du nein, 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 nein. Warum? Dann你要成長. Denn wir wollen selber wachsen. Wir möchten uns selbst bestätigen. Wurde jemanden, was die anderen sagen, wir sagen nein. Das ist die Zeit der Pubertät. Und ich denke, ihr habt mehr oder weniger diese Phase auch durchlebt. Und nachdem ihr dies durchlebt habt, schaut ihr zurück und denkt, ich war immer ganz brav. Wenn ihr aber eure Eltern fragt, vielleicht haben sie es auch schon wieder ein bisschen verdrängt, aber Aber in dieser Zeit ist das vielleicht eine sehr anstrengende Zeit gewesen für eure Eltern. Aber all das vergeht. Das ist nötig. Aber all das vergeht. Wichtig ist, dass wir nicht ganz verlassen den Weg. Wir lesen uns weiter in Jesaja, Kapitel 1, Vers 2. Wenn wir dieses Bildlich, diese Pubertät auf das Volk Israel übertragen, dann merken wir irgendwann ist auch Schluss mit Lustig. Wenn wir ein Kind haben, und dieses Kind ist nun 60. Und es pubertiert immer noch. Und das, ich glaube, dass die Eltern auch ganz große Kopfschmerzen haben. 60 ist schon ein老es. Denn mit 60 ist man ja schon alt. 60 ist man ja schon alt. Und wenn man 60 ist und man rebelliert immer noch. Das ist das schwierig, darüber etwas zu sagen. Die Pubertät, so mit 18 rum, klingt sie langsam ab. Und wenn man selbst mit 30 noch pubertiert, dann ist das etwas, wo man sich Sorgen machen muss. Isaias 1, Vers 2. Denn der Herr redet. Ich habe Kinder großgezogen. Und hochgebracht. Und sie pubertieren immer. Beinie. Beinie一下就好. Und manchmal ist es ja auch ganz interessant. Aber auf Dauer, auf die lange Zeit, irgendwann ist das nicht mehr lustig. Wir lesen gleich. Hosea. 9, Vers 12. Das ist ein ganzes Widerstand. 9, Vers 12. Hier ist das noch mal tragischer. Hosea, Kapitel 9, Vers 12. Und wenn sie ihre Kinder auch großzögen, will ich sie doch kinderlos machen, sodass kein Mensch mehr da ist. Ja, weh ihnen, wenn ich von ihnen weiche. Das ist die große Tragödie am Ende. Aus der Geschichte des Alten Testamentes sehen wir, wie die Israeliten von Gott aus Ägypten geführt wurden. Und sie waren ja sehr fröhlich, als sie errettet wurden. Und sie waren ja sehr fröhlich, als sie errettet wurden. Aber ihr rebellisches Herz hat Gott ihnen 40 Jahre lang Zeit gegeben in der Wüste, um sie zu schleifen. 你看, Kuo-Hon-Hai, das ist ein bisschen der Moment, in dem sie durch das Schilfmeer gezogen sind, das war ein kurzer Moment. Und auf unserem Weg der Rettung ist das ähnlich. Und wenn wir die Erlösung erlangen, wenn wir die Erlösung erlangen, dann freuen wir uns und danken Gott und sagen, Jesus ist Herr in meinem Leben. Das ist wie wenn wir gerade geboren wurden. Gott hat dich herübergetragen. Ja, in der Wüste 19章 第 6節 von 4節到 6節 sagt, Gott hat dich herübergetragen. Und im 2. Mose steht, wird auch das Bild verwendet, dass Gott wie ein Adler ist, der uns auf seinen Schwingen, auf seinen Flügeln trägt. Was ist die Zeit, in der wir Kinder sind? Kinder, die trägt man, bis sie groß sind. Und dann kommen sie an den Berg Sinai. Und das ist eigentlich der Zeitpunkt, an dem man erwachsen werden sollte. Auf unserem Weg des Glaubens. Können wir nicht immer immer durchs Rote Meer gehen und uns freuen. Nö, 不是 40年 在 Rote Meer und die 40 Jahre werden nicht am Rote Meer verbracht mit Singen und Lobpreisen für Gott und seine Erlösung. Denn sie sind hindurchgegangen und danken Gott. Und dann geht es weiter bis an den Berg Sinai. In den Berg Sinai ist das die Zeit gewesen, für Israel erwachsen zu werden. Und in dieser Zeit, der jungen Erwachsenen, 不管 ist es信仰. Egal ob im Glauben. Oder auch charaktermäßig im Fleisch, sozusagen in Person. Also sagen wir mal ab 11, 12, 13 Jahren bis so rund 18 Jahren. Sagen wir mal das obere Limit setzen wir mal als 30 an. Und in dieser Phase, in dieser Zeit, in dieser Zeit, das ist auch körperlich gesehen. Und der andere Seite ist die geistliche Entwicklung. Und der andere ist die geistliche Entwicklung. Können wir uns überlegen, auf welcher Stufe, auf welcher Entwicklungsstufe befinden wir uns. Auf die Familie bezogen. Die jungen Erwachsenen in der Familie. Dann sind das drei Richtungen, in die wir uns entwickeln können. Also eine Vorbereitung auf drei Dinge. Und diese Vorbereitung, das ist, hat ein Begriff, den wir... Äh,奇怪, 在哪里? Das ist Silahuna, 奇怪. Äh, so沒有 Management. Was... Auf Englisch wäre das so was... Was maintain, rule. So etwas... Auf Englisch ist es so was wie rule, oder maintain, also etwas... etwas pflegen, etwas... Rule, 就是你要去... etwas kontrollieren. Ja. Just三方面. Etwas im Griff haben. Drei Dinge. In der Phase in unserer Jugend, dass wir uns auf diese drei Dinge vorbereiten. Die erste. Wir lesen dazu Titus, Kapitel 3, Vers 8. 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 sich mit guten Werken hervor zu tun Natürlich, kann man das geistlich auf geistlichen guten Dinge beziehen Sie mit guten Werken hervor zu tun diese guten Werke können aber andererseits auch sein dass wir unsere Arbeit im Griff haben Ganz konkret, das was unseren Lebensunterhalt, als unser Lebensunterhalt dient dass wir das im Griff haben, dass wir uns selbst versorgen können Vielleicht reden wir darüber ein bisschen weniger, normalerweise Aber für die Apostel war das auch ein wichtiges Thema Aber es wurde nicht ständig wiederholt Lesen wir dazu im Thessalonicher Und zwar im ersten Thessalonicher Kapitel 4, Vers 14 bis 18 Die Gemeinde in Thessaloniki oder in Thessaloniki wurde gerade eingegründet Und Paulus ist dann woanders hingegangen Und das waren Leute, wurden Leute verfolgt Vielleicht in der Gemeinde oder sie waren alt Auf jeden Fall sind sie verstauben Und dann geht es in diesem Abschnitt von denen, die entschlafen sind Und dann geht es in diesem Abschnitt von Paulus, die Geschwister in Thessaloniki Also das Leben ist vergänglich, wir brauchen nicht zu traurig sein, wir sehen uns im Himmelreich wieder Das ist richtig Und diese Wahrheit besteht weiterhin Aber Aber in unseren Alltag Hier in den Apostelgeschichte oder auch in den Briefen sehen wir keine Arbeitspläne, wer jetzt was gemacht hat, wer gekocht hat, wer geputz hat, wer eingekauft hat Das ist richtig, was wir aber lesen ist, dass sie stetig beisammen waren in dem Herrn und miteinander aßen und fröhlich waren Und alle waren, hatten Gemeinschaft im Brotbrechen im Gebet, sie haben ihren Besitz verkauft und alle waren zusammen und waren fröhlich Und sie hatten ein Leben auf Erden wie im Himmel Das ist gut Natürlich ist das sehr gut Aber Wenn Jesus nicht kommen würde Aber wenn sie sich in der Vergangenheit verkauft haben, sie haben alle ihren Besitz verkauft, das Geld, das sie davon gewonnen haben, untereinander aufgeteilt, gegessen, waren die ganze Zeit fröhlich beieinander, lasen Gottes Wort und nach einem Jahr kam Jesus wieder das Ende der Welt und dann wäre das ein Happy End gewesen Aber Jesus ist nach diesem Jahr noch nicht gekommen Und da sie ja nur beisammen waren und kein Geld verdient hatten, haben sie das Geld sozusagen aufgegessen Und am Ende wissen wir, ist die Gemeinde in Jerusalem eine arme Gemeinde, die auf Spenden von anderen Gemeinden angewiesen war Und selbst nach 20, 30 Jahren nach dem Paulus auf Missionsreisen waren und so mussten sie immer noch spenden sammeln für die Gemeinde in Jerusalem Manche fühlen sich dann sehr geistlich Sie singen und beten und loben Gott Und am nächsten Tag genauso Und sie haben immer Gottesdienst 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 Und wir danken und loben und preisen Gott Paulus sagt dann aber Wir lesen dazu 2. Thessalonicher 3 Kapitel 3, Vers 6 Vers 6 Wenn ihr das lest Das sind harte Worte Im Namen Jesu spricht er zu ihnen Und sie haben sich zurückzieht von diesen Brüdern und Schwestern Und wer sind diese die unordentlich leben Die die unordentlich leben und nicht nach der Überlieferung Haben sie jetzt Sünde getan? Haben sie Unzucht getrieben? Haben sie Leute gelogen? Nein Nein Es ist 不按规矩而行 Sondern unordentlich haben sie gelogen Was heißt das unordentlich zu leben? Was heißt das unordentlich zu leben? 當然你也可以想 他那個晚上不睡覺 早上不起來 Vielleicht kann man sagen Sie haben abends nicht geschlafen und stattdessen bis zum Mittag Sie haben ihre Sachen nicht aufgeräumt Die Dusche drecklich hinterlassen All das ist jetzt auch nicht der Schwerpunkt hier Sondern was heißt das unordentlich zu leben? Vers 7 Denn ihr wisst wie ihr unserem Vorbild folgen sollt Das Beispiel das Paulus ihnen vorgelebt hat Er sagt Denn wir haben nicht unordentlich bei euch gelebt Was heißt denn nun ordentlich zu leben? Nach Paulus Vers 8 Und haben auch nicht umsonst Brot von jemandem genommen Sondern mit Mühe und Plage haben wir Tag und Nacht gearbeitet um keinem von euch zur Last zu fallen Wir sehen wir Vers 10 Denn schon als wir bei euch waren geboten wir euch Was haben wir geboten? Vers 11 Vers 12 Vers 12 Vers 12 Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus Dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen Was ist also hier geschehen in der Gemeinde? Was ist also hier geschehen in der Gemeinde? Sie haben diese geistliche Maske aufgesetzt Und dann? 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 Sie haben gesungen gebetet und so Und haben alles von der Gemeinde genommen Ja Weil es nicht so dass sie irgendwelche großen Sünden begangen hätten Sondern sie haben unordentlich gelebt. Deswegen sagt Paulus. Sprach Paulus von denen, die gar nichts gearbeitet hatten. Die hatten Angst vor heißem Wetter, weil sonst, wenn sie arbeiten im heißen Wetter, dann würden sie ja schwitzen. Und im Winter war es dann doch zu kalt. Da draußen war es Staubig. Und dann? Und dann arbeiteten sie nichts. Und taten gleichzeitig auch noch sehr geistlich. Also wer nicht arbeiten will, wer keinen Beruf. Und die sind gebetet Paulus. Und die sind gebetet Paulus. Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Na, wir sehen uns 13. Vers 13. Paulus antwortet die, die arbeiten und etwas gespendet haben. Ihr aber lasst euch nicht verdrießen, gutes zu tun. Die spenden, die ermuntert Paulus und sagt ihnen schaut mich auf die, die das alles wegessen und hört dann auf, gutes zu tun. Das ist was sehr alltägliches, was Paulus hier anspricht. Ja. 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 noch junge Erwachsene Was sind wir? 有人穿T-Shirt,年輕人 少年人 sind Jugendliche 少年就是要學進入到大人 junge Erwachsene gehen wachsen eben dahin dass sie volle Erwachsene werden 那剛剛那個 3.14 Kapitel 3.14 那個提多書 Titus Kapitel 3 Vers 14 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 Titus Kapitel 3 Vers 8 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 Titus Kapitel 3 Vers 14 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 sich hervorzutun mit guten Werken, wo es nötig ist, damit sie nicht fruchtlos bleiben. Das man eben sich hier hervorzut mit guten Werken, damit sie nicht fruchtlos bleiben. Hier wird von unseren gesprochen. Auch wenn wir in einer christlichen Familie sind. Und diese jungen Menschen sind keine Kinder mehr, die getragen werden müssen. In der Zeit der Pubertät. Einerseits rebellieren sie. Aber all das trotzdem im Herrn. Und dann überlegen sich die jungen Menschen, was sie tun möchten. Das erste ist eben gute Werken. Etwas ordentliches lernen. Wenn du sagst, ich habe einen starken Körper, ich habe keine Angst vor Wind und Wetter. Und ich mag die Natur. Dann kannst du Straßenfähiger werden, das ist gut. Oder kannst du Schornsteinfähiger werden. Oder man kann auch Förster werden. Das geht alles. So lange man daran Interesse und Spaß hat. Denn am Ende muss man selber leben. Und man muss selber arbeiten und selber essen. Und man braucht nicht denken. Und mein Bruder, der hat Geld, dann wohne ich einfach bei ihm. Paulus, er hat auch viel Liebe. Er sieht die Gläubigen wie seine eigenen Kinder an. Aber bei diesen Dingen, die zu tun sind. Bei den guten Werken. Paulus ist sehr stark. Paulus ist sehr stark. Da haben wir auch im Thessalonicher gesehen. Da ist Paulus sehr strikt. Wenn nicht arbeitet. Was ist mit denen? Paulus ist sehr Haupt aggSO. Paulus ist sauber. Dann kann ich ihn nicht nach PARLIN in meiner Bibelstbildung. Also stellte Paulus, dann dürfte sie vasken und Pekciuden. Ja, man kann auch im Thessalonien sagen. Da Tit wondersniveder. Un別 scant, wenn nichts arbeitet. Was man Advent war, das müssen mich nicht essen. Dass sich wirklich zu können, nicht so die Bedingung nicht. Das heißt, Paulus ist nicht zu betroust. sondern tatsächlich, wer nichts arbeitet kriegt nichts zu essen. Also junge, erwachsene, findet heraus, welche guten Werke ihr tun. Und wenn ihr jung seid, könnt ihr euch darauf vorbereiten. Das ist eine, ja, etwas was man unter seine Kontrolle bringt, etwas, was man dann im Griff haben sollte. So,這個字哦,在英文裡面有三個意義. 第一個就是,控制,能夠掌握, 再來就是,能夠保持, 再來能夠什麼,超越,超越,超越. Und dieses Wort, worüber ich spreche, also dieses im Griff haben, bedeutet, einerseits, darüber Kontrolle ausüben zu können, es erhalten zu können, und am Ende darüber stehen zu können. Der Prediger Der Prediger wird ja von zwei Ebenen gesprochen. Der eine Ebene ist unter der Sonne. Und alle, die Gott nicht kennen, sie sind unter der Sonne. Und alles unter der Sonne ist, Hasch nach Wind, ist Eitel. Egal wie groß dein Erfolg. Das andere Das andere Die andere Ebene ist, wenn man in Gottes Zeit und Raum lebt. In Kapitel 3 wird davon gesprochen. Und es wird davon gesprochen, dass Gottes Ewigkeit in unser Herz getan wurde. Und bei solchen Menschen? Wir sehen uns in Kapitel 3 Vers 22 in Prediger. Das ist sehr wichtig. Wir sagen, wir sollen geistlich, geistlich, geistlich Aber unter Gottes Willen sollen auch wir hier arbeiten. Und in unserer Arbeit sollen wir fröhlich sein. Und in unserer Arbeit sollen wir fröhlich sein. In den Dingen, womit wir unsere Zeit verbringen, sollten wir auch fröhlich sein. Wenn wir ein Schmied sind, zum Beispiel. Wir sind ein Schmied, zum Beispiel. Dann können wir auch das Metall schmieden und dabei singen. Wenn wir eines Tages anfangen zu weinen und traurig sind. Dann sollten wir vielleicht diesen Beruf wechseln. Warum? Das ist nicht biblisch, wenn man bei der Arbeit weint. Sondern wir sollen fröhlich sein. Und Gott sei Dank, wir haben, ich kenne viele junge Menschen, die das so leben. Sie schaffen es, oder diese eine Arbeit passt Ihnen nicht mehr. Und dann wechseln Sie ein Land, wechseln Sie eine Arbeit. Und fangen bei dieser neuen Arbeit an. Warum können Sie das so tun? Das griechische Wort, worauf ich mich beziehe hier, ist eben das, dass ich mich beziehe. dass man das unter Kontrolle hat, dass man darüber herrschen kann. Nicht wahr? Wenn wir kräftig sind. Dann können wir vielleicht Dinge tragen. Wenn wir aber finden, mein Chef ist nicht gut. Der ganze Umgebung ist schlecht. Und du findest nichts anderes? Und du hast dich nicht vorbereitet. Du hast dich nicht vorbereitet. Wenn dein Körper aber stark ist. Und dein Hirn auch gut ist. Und du kannst gut programmieren. Und wenn die Firma SAP ohne dich untergehen würde. Und dann sagst du, das Umfeld gefällt mir nicht. Und dann sagen sie, okay, dann verändern wir uns. Sonst sagst du, sonst wechsel ich die Firma. Und um das unter Kontrolle zu bekommen, müssen wir lernen. Das ist eine Hauptaufgabe von jungen Erwachsenen zu lernen. Und zwar gute Werke, wie Paul sagt. Und zwar gute Werke. Wie Paul sagt. Und zwar gute Werke. Und zwar gute Werke. Wie Paul sagt. Und zwar gute Leute Kontrolle erlangen sollen. In diesem Prozess des Wachstums. In diesem Prozess des Wachstums. Wir lesen wir dazu im 1. Timotheus 3, Vers 4. Was sollen wir noch lernen? Wir sollen lernen, uns selbst im Griff zu haben. Und in Kapitel 3, Vers 4 lesen wir davon im 1. Timotheus, dass man sein eigenes Haus, seinem eigenen Haus gut vorsteht. Und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Vers 5. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kapitel 3, Vers 12. Die Diakone sollen ein jeder der Mann einer einzigen Frau sein und ihren Kindern und ihrem eigenen Haus gut vorstehen. Wenn man jung ist. Wir müssen lernen. Wir müssen lernen. Was sollen wir lernen? Wir müssen sich darauf vorbereiten, seinem eigenen Haus gut vorzustehen. Wir müssen sich darauf vorbereiten, seinem eigenen Haus gut vorzustehen. Und wenn man seinem eigenen Haus gut vorstehen möchte, muss man sich selbst sozusagen erstmal im Griff haben. Wenn man sich selbst nicht im Griff hat, wie kann man dann anderen was sagen? Ich sage, dass ich mich selbst zu檢討. Ich weiß nicht, dass ich mich selbst zu kontrollieren möchte. Natürlich, ich spreche auch mich selbst an. Dann muss ich mich immer wieder fragen, ob ich mich selber im Griff habe, ob ich das alles unter Kontrolle? Wir streben alle nach dem Besten. Das ist aber eine sehr gute Sache, wonach wir streben. Und wir strengen uns weiterhin an. Also solange wir jung sind. Das ist dem eigenen Haus gut vorstehen. Und um dem eigenen Haus gut vorstehen zu können, müssen wir uns selbst gut vorstehen. Also, wenn wir jung sind, bereiten wir uns auf die zukünftige Arbeit vor. Wenn wir jung sind, bereiten wir uns auf die zukünftige Arbeit vor. Wir müssen uns fragen, wo kommt mein Essen her? Ja. Und wir können nicht sagen, der Herr wird schon bereiten für mich, vom Himmel werden Semmel fallen. Vielleicht fallen Steine vom Himmel. Oder Hage, und dann werden sie dich treffen am Kopf. Und dann wirst du vielleicht erwachen. Dann du hast vielleicht vergessen, dass es in den 10 Geboten steht, 6 Tage sollst du arbeiten. Das erwähne ich auch oft. 6 Tage sollst du arbeiten. Und wenn du schon erfolge hast und schon gearbeitet hast, kannst du auch mal am Sonntag auch noch Pause machen. Denn Gott hat uns nicht gesagt, dass wir nicht arbeiten sollen. Und wenn du all das getan hast, was du? Was du solltest, dann wird Gott dich segnen. Was du solltest, dann wird Gott dich segnen. Ja. Wir haben heute Abend gesagt. Gestern Abend haben wir gesagt. Ja. Da wird David bestimmt in der Wüste verhungert. Er hat geschlafen, bis zum Abend. Ja. Da gibt es schon lange kein Mahna mehr. Ja. Also sollten wir uns anstrengen. Also sollten wir uns anstrengen. Vers 8. Vers 8. Vers 8. Vers 8. Wenn wir jung sind, also in der Zeit, in der wir uns vorbereiten zu dienen für Gott, unter der vollen Gnade Gottes, das ist die Zeit, in der wir lernen, wenn diese Zeit vorüber ist, wenn wir gelernt haben, dann hat uns Gott reichlich gegeben verschiedene Gaben. Also junge Leute, junge Erwachsene, lernt, wie ihr in Zukunft was zu essen bekommt. Lernt, wie ihr einem Haus gut vorsteht. Lernt, wie ihr leitet, so wie es hier steht, das Hausgott. Lasst uns zum Abschluss beten.